so liebe leute ein herzliches willkommen zurück zu let's play pokemon let's go pikachu ja wir haben uns auch zweites teammitglied gefangen und beziehungsweise bekommen ein super geschäft gemacht ein leppisches karpador für 500 pokémon gekauft wir haben zwar noch kunden gott sei dank genug und ich habe kaffee nicht auch hier und wir machen uns heute auf den mondberg zu erkunden und da oben steht von mauzi wie cool ist das denn so dann geht es heute ein kleinschein und team rocket ach dann ist das mauzi von team rocket was da oben lag hier drüben scheint nicht zu sein vielleicht ist es etwas dort weiter hinten was hast du uns gerade belauscht wie hast du gehört wie kann wir hatten uns doch etwa aufgetragen aufgetragen wach zu schieben also doch da du uns so frech bespitzelt hast weißt du bestimmt dass wir uns hier unten auf der suche nach seltenen fossilen sind aber glaub bloß nicht dass wir sie knipsen wie die überlassen werden ganz genau wenn jemand diese staubigen alten steine in zoster verwandelt dann wir ja genau so ist es gut wir machen uns mal gerade auf diesem montag zu erkunden hier und alles drum und dran das werden wir auf jeden fall auch machen auch mal da unten ist ein zubat das ist ein weibliches zubat ich will aber kein weibliches zubat ich will ein männliches zubat ja übrigens wird zubat tatsächlich ins team kommen ein paar das werden wir nicht ins team nehmen aber zumindest mal fangen jawohl ein guten wurf sehr schön 48 erfahrungspunkte wie gesagt noch mal die namen sind klar sind einige treue abonnenten dazu natürlich beschrieben und ja joel ist der name von meiner freundin deswegen der name deswegen auch pikachu mit dem namen und drops ist einer meiner abonnenten der öfters mal auch videos kommentiert und mal hilfestellung gibt und deswegen möchte ich sollte auch gerne mal belohnen dieser dritte team wird zubat werden also weil sie dann golbert ja und ist mir aufgefallen dass gerade das ebenfalls ein flug pokémon ist genauso wie zu beide zubat auch sein wird aber so kleinschein in der fahrer den eintrag nehmen wir uns natürlich auch noch mit und das team gewinnt die pokémon den ich keinen namen gebe die kommen auch nicht ins team was war das ein pipi ne so ein krafträder komme zu viel für haha einer trifft trotzdem noch gefangen sehr schön pipi ist gefangen und kapador erreicht level 6 entwickelt sich für uns mit level 20 by the way und level 15 zumindest mal tackle so pro team pipi auch mal rausnehmen brauchen nämlich nicht im team da und ist zubat komm her damit habe ich dann noch ein zwölf pokémon trainer da oben warum eigentlich immer weibliche ja ich werde es gleich finden warte mal ich muss da sind zu weit kommst du mal her ein männliches sehr schön toll beide pokémon daneben so jetzt zeige ich euch gerade mal die animation wenn das funktioniert mit dem koop aber wir haben einen zu weit herzlich willkommen teammitglied nummer 3 sehr schön und pikachu reicht level 14 so so dann gucken wir ins team und so kann man das ganz einfach machen name ändern die frage ist wie nenne ich mein zu ähm shit jetzt weiß ich nicht wo mein mobiltelefon ist weil dann könnte ich mich mal nachgucken mhm moment das mache ich auch sofort also lass mich mal gerade mal zwei minuten überlegen so liebe leute jetzt müssen wir gerade mal gucken wie nenne ich mein zu weit so natürlich muss ich jetzt gerade mal ein bisschen bei mir in die kommentare gucken da sind nämlich einige drin mhm 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 Das ist immer so schwierig. Wie nehm ich denn da? Die Hälfte? Das ist immer so schwierig, Leute da zu... ...zu belohnen. Ja, wisst ihr, was ich meine? Ja, das weiß ich, wenn ich nehme. Einen meiner Abonnenten, der mit mir zum Beispiel mittlerweile ein Projekt zum Beispiel zusammen macht mit Far Cry New Dawn. Das ist der Rennratz. Genannt René. Aber den werde ich definitiv so verwenden. Und deswegen wird mein Pikachu, mein Zubat, so heißen. So. Okay. Dann geht's jetzt weiter. Sorry, wenn ich es mal so ein bisschen dauert... Ach, ich wollte den Team da oben noch... ...Pokémon... ...Team... ...Tau... ...Äh... ...Bewegen... ...Tau... 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 ...Ja, jetzt eins... ...Mepo ein... ...Na gut. A, wie gut Coop... So, jetzt war unser Pikachu ein. Oder persönlich ist es zu weit? Nein, es geht tatsächlich auf das Pikachu. Das ist wesentlich nicht gut. So, ich hoffe, das Pikachu sich jetzt nicht selber schlägt. Nein, tut es nicht. So, damit ist es erledigt. Gnepo ist besiegt. So, die Superbälle nehmen wir mit. So, und dann machen wir uns weiter. Auf. Ich glaube, das war eben nur ein Paras. Komm, da oben steht James da oben links. Ah, die taucht immer wieder mit auf, die junge Dame. Ich muss Pikachu auf zwei Sätze. Ich vermute, dass die Fans angreifen wird. Mit Rang nie. Klar auf Pikachu, weil das wäre ja Kappa davor gewesen. so. Einmal ruckzuck. Und erledigt. Und erledigt. Und erledigt. Und erledigt. Da unten ist Jesse. Von Team Rocket. Eigentlich will ich ja mit euch zu sein. Eigentlich will ich mit euch ja gerne mit dem Mond werden, aber ich weiß nicht, ob wir das uns nicht sogar schaffen. Mal gehen. Mal gehen. Okay, die will irgendwie nicht. Ja, auch nur die Sprecher, das war eigentlich zu sich der Planer an der Sache. Mal gehen. Mal gehen da. Team. Bewegen. Ich muss das mal reinladen gerade kurz. mein kaffee ist wieder leer liebe leute das hat jetzt wirklich zu spieler auf die karte aber das hat natürlich gar keine chance Das war's. Bye, bye. Bye, love. Ich wollte dem Dings ausweichen. Dem zu mal ausweichen und habe mir einen Kleinschein guckt. Das haut das nächste Pokémon. Zubat, ja. Ja, oh ja. So, das Ding ist gefangen. Sehr gut, das auf jeden Fall. So kann man halt lernen. Du gehst natürlich wieder raus aus der Box, mein Freund. Ich muss dich entfernen. Ja, und es kommt natürlich direkt zu mir. So. So, Zubat ist gefangen. Und Level 8 für Zubat und auch für Carpador. Oh, ein Sonne, Moment. Das erhöht, by the way, die Level eines Pokémon. So, jetzt machen wir uns mal ein bisschen weiter auf dem Rotberg zu erkunden, weil wir sind schon mal circa 20 Minuten. Wir sind noch nicht wirklich weit gekommen in diesem Laden hier. So, du möchtest natürlich kämpfen, das ist mir schon klar. Welche eine Überraschung? Na ja, dann machen wir mal ein bisschen länger. Scheiß drauf. Machen wir da eine halbe Stunde. Egal. Also, ich werde euch den Rotberg auf dem Lokopit zeigen. Und dann so wie es sich hier und so machen wir dann im nächsten Part. Und dann so wie es sich hier und so wie es sich hier und so wie es sich hier und so weiterentwickelt. Noch einmal ein Doppelkick. Patsch. Nummer 1. Ah, jetzt überlebt das. So, noch. Dann wird das auch das Ding sein Leben. Überleben. Den Flügelschlag überleben. Und jetzt ist ein Igler. Ein Igler. Entschuldigung. Erhöht die Verteidigungswerte. Ach, es stimmt ja. Hä? Wieso denn? Es ist kein Typ Fee oder was? Hört das für ein Typ schon drauf? Eigentlich nicht, ne? Ich weiß nicht, wieso die Kaff-Attacke nicht effektiv ist. Das wird es mich auch erklären. Ich will die Pikachu-Welle 15 und will die Donner-Welle lernen. Sehr gut. Pika-Pika. Pika-Pika. Dann sitzen wir da auf jeden Fall für die Ruck-Zuck-Kieb raus. So. So, kann ich das Kopf-Ding jetzt mal ausschalten, weil wir nicht ehrlich bin? Einstellungen. Kommunikation. Freund spielen will ich aber. Ich will das gerne mal rausnehmen. Trei. Okay. Sorry, das ist bitte so. Okay. Ja, bitte. Okay, äh, ja. Scheiße, ich wollte das dann komplett ausschalten. Das ist das Problem. Krieg hat sich ausgeschaltet, letztendlich mal. Schade. Da ist sie. Ah, jetzt ist er verschwunden, oder was? Oh, das ist jetzt wegen der Szenen. Ah, scheiße. Ich hatte gehofft, wir müssen sie heute ab. Wenn ich ehrlich bin, würde ich das gerne mal ohne Korb spielen. Weiter Spiel zu binden. Jetzt haben wir noch einen Nugget. Kann man für 5000 verkaufen? Mann, äh. In den ganzen Supermärkten. Ah, nein. Ich glaube, das biebiert sich schon. Ah, ah. Aber mir klappt. Ich glaube, das ist wichtig, ja. Ja, du. Das ist wichtig. Das ist nicht wahr. Ja, komm. Ja, das verbrennt mir zu viel Poké-Bälle, wenn ich ehrlich bin. So, der könnte das hier Pokémon ein erfangen, wenn ich die Tees jetzt hier so stark mache. Aber... So. Wie ist das gar nicht möglich? So, wir holen uns das. Den Trainer hier. ein Sander. So, dann gehen wir auf Absorber. Und du gehst mal auf Kopfnuss. Damit ist unser Freund wieder ein bisschen geheilt. Und der Knips ist besiegt. Ach, der Wanderer da noch. Ja, okay. Das war mir schon fast klar, dass der noch kommt. So. Ein Absorber. Und du wirst mit dem Doppelkick angreifen. Und man kann schon alles überleben. Das ist ja da sowieso dauernd. So. Aber Kleinschein überlebt diese Attacke nicht. Da ist jetzt noch ein Kleinschein neu. Dann machen wir das Spielchen gerade einmal. Kommt jetzt nochmal. Und auch das Kleinschein überlebt diese Attacke natürlich nicht. So, da oben steht noch eine. Wir nehmen aber jetzt mal diese Perle hier mit. Halt, Beutelkontrolle. Hast ja auch ausreichend Buckebälle bei dir. Hm, sieht gut aus. Kommt alle bestanden. Falls ja hier die Buckebälle ausgeht, komm mit mir vorbei. Okay. Ein Mautzi. Also das Mautzi von Team Rocket wahrscheinlich. So, dann gehen wir hier natürlich runter. Ja, das war mir schon fast klar. So. Oh ja, leck mich doch. Oh ja, leck mich doch. Und. Super. Ich muss mich da diesen Koop-Modus tatsächlich gewinnen. Vor allem, weil ich beide Spieler gleichzeitig steue. Also ich bin alleine. Aber bitte, kann man das mal zusammen machen. Vielleicht schaffe ich das irgendwie mal mit einer Aufnahme-Session oder so mit irgendwie mal sowas zusammen. Vielleicht mit der Let's Go Evoli. Das war Let's Go Evoli. Vielleicht mal sogar ein bisschen Koop spielen. Gucken, ob ich ihn mal im Start bekommen. Weil ich meine Freundin natürlich würde mal überredet bekommen, ob die Bock hat. Oder muss ich mal eine ganze Aufnahme. Achso, wollte ich gerade sagen. Das Spiel jetzt aufgegeben. Nein, das nicht. Ein Traumator. Einziger Pokémon. Das lernen wir auch mal kennen. Da bin ich sogar tatsächlich auch mal überlegen, ob ich das ganz Team nehmen soll. Der Typ nur ist gar nicht mehr so ohne. Aber momentan noch nicht wirklich. Oh, schön. Oder ist es großgefällig für Dreck mit einem Zug erwischen? Da bin neun für unser Zubat. Und ja, bis. Sehr schön. So, da oben nochmal natürlich den Pokéball noch mit. Ist klar, es ploppt natürlich direkt vor mir auf, aber es ist nur nix. Es ist noch ein Pokéball, was wir noch nicht im Team haben. Äh, bis wir sie noch nicht gefangen haben. Jawohl, aber auf Anhieb getroffen. Ja, das bleibt aber natürlich nicht drin. Probieren wir es nochmal. Das bleibt wieder nicht drin. Uh, das bleibt ab. Das war natürlich nicht der Plan. Na komm, bleibt drin. Brülle ich. Nee, ich mag nicht gerade. Ein guter Treffer. Das hat immer noch keine Lust drin zu bleiben, in diesem Pokéball. Das war nur ein normaler Treffer. Oh nix, oh nix, oh nix, oh nix. Freunde, wir müssen mal kurz in den Ball gehen, weil ich muss die Pokéball wechseln. Ich habe nicht mehr so Glück. Ach, Tuki ist natürlich in den Superball. Aus wem? Ja, das hat natürlich super gebracht jetzt gerade. So, im Superball sollte es doch einiges besser werden. Das ist nicht wahr. Oh nix, oh nix hat mich nicht lieb. Super. Ist ja voll gelohnt. so. So, schaffe ich mit der Beere jetzt mal, Weil langsam nervt es wirklich. Bäm, endlich. Und das gibt nämlich 132 Erfahrungspunkte. Und das zweite Zufall geht mir gerade hoch auf Level. Ich muss jetzt immer wieder das Team hier ein bisschen aufrollen. So, jetzt habe ich das Onyx jetzt gerade gefangen. Oh, Gott sei Dank. So. Das Team mal ein bisschen aufräumen. Das Team entfernen, weg damit. Genauso wie du. Und dann diese Pfeiler. Und da unten sind Jesse und James nochmal. Mit Mautzy. Ha, da hat das schwarze Ding da drüben. Das sieht aus wie der Fossil, oder? Bist du bereit, Mautzy? Hopp, hol das Fossil. Maut. So, jetzt schaue ich mal an den Jungs und dem Rocker-Thema vorbei. Warum auch die Alte jetzt immer wieder dazukommt? Ich würde das gerne ausschalten, aber ich weiß nicht wie. So, dann machen wir das hier mal. Einen Bär. Und hier ist noch ein Rüppel. Wir sind hierbei gleich durch mit dem... Jetzt heute gibt es heute mal eine etwas längere Folge mit dem Mondberg, liebe Leute. Und hier ist schon ein Rüppel. So, deiner Schott. Tschüss, Zubat. Das hast du natürlich keine Chance gehabt, wie Nidia Takah from Pikachu. Und hier. Ja, Kappa Dorech Level 9, gerade mal noch 11 Level, dann habe ich einen Gyarados. Also, das dauert alles noch natürlich ein bisschen. Das ist leider kein verstecktes Item. Das passiert manchmal nur, wenn man diesen Felsen ein verstecktes Item hat. Halt! Stopp! Ficker weg! Ich habe diese Fussien gefunden, also gehören sie auch mir. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Na gut, dann kriegst du halt nochmal auf die Nüsse von unserem Dream Team hier. Er fängt an mit einem Bowl-to-Ball. Ich glaube, das wird jetzt ein bisschen zum Mogern sein. So, einmal bis drauf mit Pikal-Medule. Und einmal gehst du mit der Kopfdurchsattacke nochmal drauf. Lichtschild. Hat wieder sein Laptop da, oder was auch immer. Das hat, äh... Oh, klar, mal da, ne? Ah, nicht ganz. So, dann kann ich ja nochmal ein Ding machen. Und nochmal, dann ist es nämlich down. Und bye-bye. Okay. Liebes Volto-Ball. Level 15 für... Level 16, Entschuldigung für Pikachu. Ja, kommt wieder eine Magnetilo. Ich hatte jetzt mit dem Smogern gerechnet. Okay. Na, der Typ Stahl, ne? Dann weiß ich was anderes. Dann machen wir das so weiter hin. Aber Pikachu geht auf eine andere Attacke. Nämlich die Doppel-Gig-Attacke. Dann ist das Thema gegessen. Tschüss. Magnetilo. Und... Zubaderei, der wird es 10. Die gibt es, glaube ich, mehr mit 22 oder 23. Wenn ich das Wichtige im Kopf habe, noch. Aber egal. Ob so diesen Tüftler mal besiegt. Äh... Ne, ich würde aber gerne das Helix-Fossil haben. Oder? Ne, Quatsch. Sie steht ja oben drauf. Hör mich jetzt. Helix-Fossil. Ach, ne. Ich weiß nicht. Ach, ist egal. So, wen haben wir hier noch jetzt? Stehen geblieben. Okay. Wie, wann hast du uns überhaupt beholt? Hm, unverstehend. Ich bin Jesse. Und ich bin James. Mojie. Zusammen sind wir Team Rocket. Und wir werden es zurückholen, was wir uns regelmäßig erklauten wollten. So, wir treffen das erste Mal aufs Team Rocket. Okay. Er kommt mit Rethan und dann Smogron. Das ist ganz klar. Und ich glaube, das hätte sie gerade im Aussie sein. Aber das geht mal hin. Zwei gegen zwei. Geh mal da drauf. Und du gehst mit hin. Pikachu. Da drauf. Okay, ich stößt aber nur sich alleine an. Hat sie mit beiden Pokémon. Nein, das können wir hin. Oh, hier kommen Säure. Teckel. So, dann drehen wir das Ganze mal um kurz. Natürlich war das Smogron mal kurz noch eine ganze Ecke. Oh Gott, die Wicker-Attacke, die ist sehr, sehr nervig. Vor allem der Frutbohrgelb ist die sehr ärgerlich und sehr nervig. Leute, die die Saison gespielt haben, die wissen wahrscheinlich, worüber ich rede. So, jetzt gehst du mal da drauf. Damit das Viech nicht auf irgendeine dumme Ideen kommt. Tschüss, Retta. Das ist das erste Pokémon, was weg ist. So, jetzt geht das letzte auch noch drauf. Und alles gut. Bye, bye. Smogron. Und Team Rocket ist besiegt. Das wollen wir dann schon zu den Hofen. So, bye, bye. Ihr zwei. Damit hat sich das dann auch erledigt. Und wir sind durch mit der Folge für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon. Let's go. Pikachu. Und dann, oh wie süß. Und dann erkunden war hier die Route. Und wahrscheinlich Eure Suria City. Ich weiß noch nicht, ob wir tatsächlich schon in den Arena-Kampf reingehen können. Vielleicht. Vielleicht holen wir uns auch schon diese Folge in den zweiten Orden. Wir wissen es noch nicht. Naja, bis auf jeden Fall. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und auf Wiedersehen. Bis dahin und auf Wiedersehen.